auf extensions gibt es neben einstellungen im stream ist das sieht aus wie ein puzzle teil und da gibt es dann zugriff da kriegst du drauf und da muss darauf gewähren dann kannst du auch das benutzen trotzdem kann ich da kein minigame machen also matt kann das anscheinend ich kann nur auf redeem points gehen wundert mich weil matt kann da anscheinend mitspielen so da poppen immer wieder diese schatz tun ja das unter anderem auch ja ich bin ja am spielen da kann ich nicht auf die die schatztruhen unter anderem und wenn du das aufmachst dann kannst du beispielsweise dann pick a card oder sowas beispielsweise das geht zum beispiel zur zeit nicht das geht zum beispiel zur zeit nicht okay er pick a card das habe ich ja bei ihm wie gemacht gestern warte mal warte mal ich logge mich mal kurz ein geh mal kurz auf mein profile dann schauen wir mal also als ich finde ich das eigentlich ganz gut kann ich das eigentlich ganz lustig gemacht mit meinte der tauchte bei ihm gerade einfach eine kiste wo er angeklickt und andere punkte bekommt ach so ja das ja ja das ist normal das ist sowieso normal das meint er als minigame einfach eine kiste wo er angeklickt und andere punkte bekommt ach so ja das ja ja das ist normal das ist sowieso normal wenn er einfach so eine kiste aufglockt ach stimmt redent points alles klar add bei steam für 200 alles klar ja ich sehs gerade ich hab's anscheinend noch nicht richtig eingestellt das dürfte der feder sein ich habe den ausspruch sushi mit vier is fünf is geschaffen ausrufezeichen sie schreibt zurück mit soo is sooo alles klar warte mal konfigurieren ich hab's nicht konfiguriert das war mein fehler minigames da settings so jetzt muss gehen ok für ich mache gleich für 18 38 aber sie du könntest echt mal ready drücken ich bin grad im minigame lass mich ach jo wow echt jetzt als ich 54 punkte bekomme ja also pick a card da kannst du glück haben entweder hast du haste direkt oder du kriegst also ich hab bei eevee gestern habe ich sogar dreifach gewonnen ja ich hab jetzt auch ja da ist sie nicht zu machen und gleich noch mal für 36 gib ihm vollgas glückwunsch cool ich habe zwölf punkte gemacht noch mal dreifach 108 punkte gewonnen pick a card da hast du aber ein glückliches händchen mein lieber und gleich noch eine runde bis die lobby startet pick a card für 72 hallo rabbit ja real ruby rabbit ja hallochen schönen guten abend wünsche ich wie geht's freddy nochmal 216 gewonnen nochmal das dreifach bekommen ernsthaft jetzt nur fucking wrecked willst du mich verarschen ha 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 halte dich an shidori jetzt 440 ich nehme den hier warte mal schauen wir mal 440 mal gucken recht verdammt ich habe noch ich habe noch 74 208 wie geht's dir rabbit alles gut bei dir schön dass du wieder reinschaust ja 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 ey trin du hast gleich keine mitspieler mehr wir spielen jetzt gleich nur noch an dem steam labs da rum ich merk schon jetzt müssen wir noch eine runde ich merk schon sag wenn die runde angeht geht gleich los wobei ich muss aber was ich gestern festgestellt habe finde dieses ähm das giveaway was im chat funktioniert ähm geht noch besser als das in diesem glückwunsch rabbit herzlichen glückwunsch turnier gewonnen nice sehr schön was denn für ein turnier was denn für ein turnier dbd turnier geh ich mal von raus oh nice geht los ach ich glaube ich sehe einen john da vorne und ich höre einen killer jo nito wow wie wir einfach beide im schrank stehen jungen es ist der neue hochnööööäh ne v aan dbd zockst du jetzt alles klarr overwatch turnier gewonnen nice Er steigt durchs Fenster, und jetzt kommt er zu uns. Ich geh zum Holzstapel hin, John. Moment, ich komm sofort. Er steht an Toto. Toto! 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 Hinter dir bin ich schwer. Hinten weg. Das ist das große Holzstapel. Oh, Mensch. Echt der Chidui? Ah, ich hab's vergessen. Ach was. Ah, geh ich nicht lang? Wir haben eigentlich kaum alle vertreten, oder? Nee, nee. Alles vertreten, wenn sie im Eis mit dem Eis sind. Ich hab's gemerkt. Tridi, warum redest du mich hier denn nicht? Ich hab's gemerkt. Am besten Abstand. Danke. Jetzt sind wir nicht weg. Aber das Lustige ist, Priti wäre es für Priti. Sie müssen mal überraschen, wenn ich das machen würde. Nicht wirklich. Ah! Oh, Tana. Okay. Okay. Dann kann ich mit meinem Halterkontzerkasten wenigstens gegenwürfen. Ja. Ah! Wow. Ich war schon drüber, aber macht ja nix. Gehst du weg, sonst muss ich mal nicht haben. Ah! Dann nimm sie! Geht jetzt die Rettende. Ich denk mal, seid mal näher dran. Ja, Keller ist auf jeden Fall im Scheißhaus, würde ich sagen. Er hängt mich jetzt hier draußen auf, ich bin bei der Hälfte. Also ein Block hätte locker gereicht. Der hat keinen IG drin. Ich hab mich schon. Wow, wie ihr alle am Arsch der Welt seid. Läuft. Nee! Der Rebels, der hat bei Overwatch gewonnen. Im Turnier. Ja, jetzt kommt er wieder. Wandert von hierher. Und er hat überladen. Das auch noch. Ja. Boah. Er patrouilliert mich ab. Ne? Also das übliche halt. Und ähm. Er hat schon jetzt echt nicht gesehen. Willi. Lauf, 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 lauf. Ja, über die an mich, ne? Nein, er war gar nicht an mir her. Ach, schön. Ach, schön. Ich... 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 Er will mich haben. Er ist nur aus dem Hotel Haus ein. Oho, ich hab das mal vorgegeben. Er geht wieder ins Haus rein. Ja, er will mich haben, hab ich doch gesagt. So hört ihr mir zu. Weil ich behänge jetzt... Ich hänge jetzt in Second Stage. Ist doch logisch, dass er jetzt auf mich geht. Sorry. Wieso sorry? Da kannst du noch nichts für, wenn er jetzt mich tunnelt. Ja, also. Warum entschuldigst du dich? Warum entschuldigst du dich dann? Weil er... der kündelt es. Genau. Ach so. Ich steuere gerade meine Knotetten und Dickelau. Verstehe. Drecksau. Natürlich. Hallo? Schweinepriester. Ja, und jetzt werd ich's natürlich weiter ab... wieder abkontrolliert. Logischerweise. Also er geht auch jetzt näher an mir vorbei, damit er mich dann instant kriegt. Ich hab keinen Bower Time mehr. Ich glaub, du bist jetzt auch der Einzige hier bei uns, der Bower Time hatte. Außer mir. Ich hab auch keinen Bower Time. Ja. Ja, dann solltest du dich vielleicht mal auf dem Weg machen. Kommst du noch hin, Krupphammer oder was ich jetzt so sitze? Also er patrouilliert links neben mir hin und her. Immer vom Haus und dann wieder Richtung Haupt. Ich hab einen Grad vorbeilaufen. Ja. Jetzt ist er hinten beim Haupthaus. Komm. Und jetzt? Run! Lauf! Ich hab die größte geärgert mit den Taschenlammen. Ich dürfte dich verloren haben. Sieh auf jeden Fall so aus. Dankeschön. Auf jeden Fall. Ja, jetzt kommt man dann nur so Richtung gegeben. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt nicht zu euch komme. Ja, ich hab mich grad durch. Warum hat er mich gesehen? Und ich dich? Kann der 99er Gen mal noch 99 sein und mach mal den ersten anderen. Ah fuck! Okay. Ernsthaft jetzt? Ich müsste, weil ich müsste stealthen. Also ich hätte noch Bower Time zur Not. Ich gar nicht. TF Alter, ich hab da Bindung drinnen. Wo bist du da? Warum geht auf mich und... Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Der ist mir direkt. Der da hinten ist noch 99. Geht ihr hinterher, Shidori? Ah, okay. Ja, okay. Jetzt guckte er nochmal zurück. Jetzt guckte er aber in Richtung Shidori vom Horsthaus. Ja, der patrouilliert halt ziemlich ab, ne, der Junge. Der ist ziemlich... hardcore. Er ist unheimlich geil. Ist das billig und billig. Abgezwölftausend Punkt nur Black Pip. Es kommt... Es kommt drauf an, äh... Kleine Wölfe, du musst in zwei Kategorien 5k haben. Ich geh, äh, abhängen. Mhmm. Mach den anderen, Jan. Sag mir Bescheid, wann ich ihn machen soll. Oder so was? Der Mann ist fast fertig. Scheiße, jetzt hat er mich gesehen. Verdammt. Wir können ihn abhängen. Ich bin direkt hinter mir. Er geht, er geht zurück. Er geht zu, er geht zu John. Ich mach das Gate hier am... ...Bringenhaus auf. Rechts, doch. Hier. Da, wo... John und die Links. Ja, genau. Lauf. Und es. Er rennt wieder weg. Er rennt und sind zurück zum Huck. Ach, das Tor auch. Ja. Kann aber völlig unerheblich sein, weil John so runter ist. Der Tor ist noch nicht mal angerührt, ne? Naja, ich hab mich jetzt erstmal hinten in die Ecke gestellt und heil mich. Mhm. Gib. Mir. Deine Punkte. Komm doch. Streichel mich. Streichel mich. Streichel mich. Zweimal nicht der Wischen der Kettensäcke. Nein, nein, es ist nicht offen. Wie gesagt, du musst, äh, in zwei Kategorien 5K haben. Komm, auf, go, go. Raus hier. Alle raus, alle raus, 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 raus. Was? Nice. Ich glaub ich noch nicht decken soll, ich find's weg, aber nein, nein. Ich hab nur ne grüne Traschenbande und ne grünen Batterie und wir sagten ihr Spitzlinse. Oh, das wollte er jetzt nicht lesen. Das ist aber gemein, ich hatte keine Zeit für Jens und Tingra. Ja, äh, Wölfin, so ging's mir eben eine Runde auch. Ich hab, äh, war eigentlich nur noch beschäftigt mit den Kinder zu beschäftigen, hing dann am Ende und bin gestorben quasi und, äh, habe keinen Pip gehabt, noch nicht mal ein Black Pip mehr. Ähm, er war ein bisschen so, die... Ein bisschen. Es hat mir wahrscheinlich geirgert, dass ich die letzten zwei Chainsaws von ihm, die kompletten Attacken, komplett gedodcht bin. Ein bisschen war einfach mal. Aber nur ein bisschen. Aber wie gesagt, ich hatte das eben selber. So. Aber es läuft ja recht gut jetzt im Mutanten bei dem Free Weekend. Ja, gerne. Ja, gerne. Die einzige Soße war ja ... Sockecrest haben wir nicht. Abgelehnt E.B. Abgelehnt. Ach, warum nicht? Ich werde nicht sch- geht gleich weiter leute scheiße ich nehme lieber nur das mit den karten das will ich nicht raus hab schon wieder eins gefunden das ist noch zweimal im angebot ich hätte auch hatten viel noch im angebot auf 100 wenn wir uns ja darum betteln du mann nimmst das lary gedenkeninstitut nicht